Was soll ich jetzt noch sagen, oder was? Ja. Dominik, du kennst nicht mal eins, zwei. Kennst du mich noch auf dem Bild? Dominik, du kennst nicht mal eins, zwei. Du kennst dich immer jeden Tag überall trainieren. Ja, und dann, mach ich ja, sozusagen. Du kennst nicht immer mich? Ja. Du kennst nicht, wenn du in der Welt bist. Und du kennst dich immer überall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020